ja herzlich willkommen liebe minecraft freunde ja wir sind hier wieder in einer weiteren runde von endergames auf dem gom hd server ich habe lange gebraucht damit reinzukommen da wir diese premiums haben die kennen wir ja nur schon die anderen rauskicken mal schauen dass ich ja noch was erwischt letztes mal habe ich das ja schon ein stück geschafft ich habe schon erst mal schnell weg hier da die ja schon gleich wieder loslegen hier mit ihrem wir haben so zu sehen dass ich verschwinde hier ich habe da kein kit bekommen weil ich wollte känguru haben wurde nix weil ich habe wahrscheinlich nicht genügend punkte oder was auch immer so schnell hier weg da haben wir ja noch genügend drin so haben wir erst mal so schnell verschwinden leute jetzt schnell weg hier bloß kann jede durchsichtigen kommen lassen verbogen haben wir auch schon mal da Aldon schneidete Vor jetzt hatte ich mal ich kann mich aber noch nicht da hat einen leder und einer okay die Schutzzeit ist noch nicht da. Gut, dann müssen wir zusehen, dass wir hier verschwinden. Die Schleude, die Schutzzeit ist zu Ende und wie sehe da, ich habe gleich einen Schaden bekommen. Wurde auch gleich geschlagen, war kein Wunder. Wir müssen erstmal sneaken hier, dass er mich nicht sieht. Die porten ja auch immer bei den Ender Games. Aber die Leute, die ist so voll. So, jetzt haben wir getrankter Vergiftung, da können wir doch was mitmachen. Aber ich werde gleich geportet. Ups, das ist die Wand, da ist die Welt zu Ende. Mensch, habe ich dann Schreck bekommen. Kommen wir hier denn noch hin an die Kisten? Hier sind auch noch Kisten. Mal gucken. Aha, die Kiste ist weggeportet, war klar. So, wir gehen das einfach nochmal hier rüber und schauen einfach mal. Da haben wir noch eine Kiste, aber war ich schon da? War ich schon bei der Kiste? Mit wem bin ich jetzt getauscht hier, Leute? Ich brauche irgendeine gute Waffe und eine Rüstung. Ah, das ist klar, wenn man gegen die Wand läuft. Da haben wir doch auch schon einen. Den könnte ich doch eigentlich killen, versuchen zumindest, weil der hat genau wie ich keine Rüstung an. Steht da einfach. Wird das von mir einfach geschlagen hier. Hat zwar ein Schwert, vielleicht bekomme ich das, jawoll. So, jetzt tauschen wir erstmal kurz das Eisenschwert aus. So, dann sollte ich auch noch schnell was essen. Jetzt habe ich zumindest erstmal das Schwert erwischt. Aber nichtsdestotrotz, Leute, es wird noch etwas länger dauern, hoffe ich mal. Aber verzaubern kann ich nichts, okay. So, die Kisten, das ist eine andere Welt. Ich glaube, in der Kiste komme ich gar nicht ran. Doch, komme ich doch ran. Seht ihr mal an? Ach, schon wieder geportet, Mensch. Gerade, wo ich das rausnehmen wollte. Leute, Leute, Leute. Ich bin wem gar nicht gebrauchen. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber hier haben wir noch eine Kiste versteckt hier unten. Es war klar, dass die gleich geportet wird. Gehen wir auch mal hier rüber. Ich würde schon wieder jemand anderes dahin und her porten. So, Ender-Games hin, Ender-Games her, wir gehen einfach mal in die Höhle rein. Weil ich hoffe mal, ich sehe da schon jemanden dahinten. Toll. Da bringt das Neaken auch nichts, wenn man einfach geportet wird. Jetzt habe ich erstmal Speed bekommen, das ist auch nicht schlecht. Dann könnte ich eigentlich jemanden killen. Ich habe überhaupt eine Kabe hier, aber auch schon mal eine leckere Mahlzeit. Aber Leute, ich habe keine Pfeile. Sollen wir uns erstmal wieder regenerieren hier. Können wir auch die Flasche gleich wegschmeißen, die brauchen wir eh nicht. Aber wir werden ja gleich wieder umgeportet. Ihr wisst ja, wie das ist, Ender-Games. Für mich ist jetzt die zweite Runde, das zweite Mal, wo ich Ender-Games teilnehme. Und ich muss sagen, Moment, ah, durchsichtige Wand wieder, da sind wir zu weit weg. So, mit wem bin ich jetzt geportet? Toll. Hier war ich doch schon, das kommt mir alles bekannt vor hier. Oh, ein goldener Apfel. Der ist immer gut. Ein Gold-Apfel, Leute. Den kann ich immer gebrauchen. Da ich ja schnell hier weg muss. Na, was machen die da? Erfahrungsflaschen ja toll. Die Äpfel kann ich auch noch gebrauchen. Was können wir denn hier von mal... Mist, dann wird schon wieder geportet. Ah! Und dann hier gleich mit einem, den ich siehste. Er hat ja eine Rüstung dann mit Gold-Rüstung. Wie gar nichts, war klar. Aber wie gesagt, das Spiel war schon etwas länger als sonst. Das war mal die zweite Runde. Ich hoffe, dass ja die dritte Runde, vierte Runde, dass ich jetzt da besser werde. Und ja, Ender Games, ziemlich voll auch der Server heute von GOMMA HD. Ich wollte euch nochmal die FPS einblenden, weil ja mich so viele fragen während der Aufnahme. Vor allen Dingen bei Full HD mit 60 FPS. Warum kriegt der in Ender Games auf dem GOMMA HD Server so viele Flames pro Sekunde? Schaut oben links in die Ecke rein. Und ja, rechts seht ihr im Display die Auflösung, welche Grafikkarte ich nutze. Eigentlich kein Geheimnis. Ich kann die nur empfehlen. Das ist von MSI, und zwar die Gaming 4G ist das. Die 970X. Und ja, kann ich nur empfehlen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Und ich hoffe, dass ihr auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.